Ach, scheiße. Okay. Ja, in dem... Ich hasse es, wenn du die ganze Zeit Z drücken musst. Aber jetzt haben wir alles. Hast du einen ausgelassen gerade? Nee. Jetzt wird's los. Jo. Aber das ist irgendwie ein bisschen störrisch. Oh, scheiße. Boah, das arme Pferd. Nein. Soll ich den drauf halten? Nein, scheiße. Peinlich. Ich mein, wer Pascal heißt, das kann nur schief gehen. Heißt das Pferd Pascal? Nee. Der Kerl. Pascal Folique. Woher weißt du sowas? Weil das an der Tafel steht. Ich würd mal gerne sehen... Ich würd jetzt sehr gerne sehen, wie so ein Reiter von dem Ding fliegt. Wird nicht passieren. Ja, aber das bedeutet auch, dass die Pferd wahrscheinlich hinmachen. Echt? Ja, das ist ja oft, weil das Pferd irgendwie falsch auskommt. Finde ich vor, dass das so hell ist. Richtig schön wird. Das heißt... Jetzt halten wir uns dann noch fast weg. Komm, gib Gas. Ich denke... Aber der reitet irgendwie komisch. Der anders. Ja, gell? Ja. Hi, ist das einmal außenrum und über den da drüben? Ja, Mann. Sechs. Ich hab's langsam drauf. Also, von der Location her auf jeden Fall. Und dann einmal rauszuholen und schnell ruhig rüber. Ui, voll erwischt. Mann, ich würd jetzt gerne rauszuhören. Ja. Oh, shit. Willst du draufkommen? Doch, aber der Kopf ab. Ja, ja. Dieses Pferd ist halt individuell. Wir haben das. Sag mal, die Kopf ist echt viel gering, ja? Sag mal. Sieht ja voll geil aus. Das ist doch ein 50mm, oder? Ja, ich bin gerade einsam. Ach so.